Hallo und herzlich willkommen zurück zu Approximation mit Fourier-Reihen zu Folge Nummer 33, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, letztes Mal haben wir diese doch sehr technische Abschätzung für Dirichlet-Kerne bewiesen, dass man die L1-Norm der Dirichlet-Kerne, wenn man die ein bisschen normiert, quasi abschätzen kann nach oben und unten durch Konstante mal Logarithmus. Und genau das werden wir jetzt benutzen, um zu zeigen, dass es Funktionen in L1 von minus pp gibt, deren Fourier-Reihen nicht in L1 minus pp konvergiert. Und tatsächlich werden wir erhalten, dass dies für die meisten L1-Funktionen gilt, im Sinne von die Menge derer, für die das gilt, die ist mager in L1. Und das ist Satz 10.2. Es ist nicht Satz 10.2, es ist Satz 8.2. Ja, also die Nummerierung ist leider ein bisschen durcheinander gekommen. Ich muss es mir fürs nächste Mal merken, dass ich das dann nochmal neu aufschreibe. Die Menge. Jetzt schreiben wir sie mal hin. M, das sind alle Funktionen f in L1 minus pp. Für die gilt, dass Supremum n aus n über die Partialsummen Sn von f, also die partiellen Fourier-Summen L1-Normen, ist endlich, das ist dann eine Teilmenge von L1 von minus p bis p, die ist mager in L1. Ja, das heißt im Wesentlichen, die wenigsten Funktionen in dem Sinne haben eine Fourier-Reihe, die in L1 konvergiert. Aber natürlich irgendwie alle schönen Beispiele haben das, weil man kennt das, also die Menge aller differenzierbaren Funktionen in den stetigen Funktionen ist ja auch mager. Trotzdem kennen wir ziemlich viele differenzierbare Funktionen. Also mager ist immer klein in einem kategorischen Sinn, wenn man so möchte. So, wie beweisen wir das? Wir nehmen im Wesentlichen gleich an, dass M nicht mager ist und folgern daraus im Widerspruch. Dazu definieren wir jetzt erstmal einen linearen Faltungsoperator und zwar der Bauart, dass wir sagen Sn soll sein, ein Operator, der einer Funktion f dieses Sn von f da oben zuordnet und das ist dann nichts anderes als die Richtlinie-Kern gefaltet auf f und durch diese Setzung wird dann ein linearer Faltungsoperator definiert und zwar auf dem Raum L1 mit dem Maß DT ja, DQRT brauchen wir nicht komisch schön schreiben. So, das Ding wird da definiert. So, dann können wir unseren Satz 4.7 anwenden. Das war so eine Normabschätzung für Faltungsoperatoren. Der sagt uns jetzt gerade, wenn ich die Norm von Sn von f messe in der L1-Norm, ist das kleiner gleich als die Norm des Dirich-Leck-Kerns in der L1-Norm mal die Norm von f in der L1-Norm. So. Jetzt nehmen wir uns die Dirich-Folge in C2-Pi. Also nun sei Delta-J eine Dirich-Folge in C2-Pi. Dann können wir unseren Satz 4.9 anwenden. der sagt dann, dass das Sn von Delta-J, was ja nichts anderes ist, als dass Dn gefaltet auf Delta-J ist, dass das für J gegen Unendlich gegen dieses Dn geht in L1. Wir hatten ja diskutiert, die Rack-Folgen sind quasi so eine Art Approximative 1. Das heißt, wenn ich mir die Rack-Folge falte, dann ist die Wirkung im Grenzwert weg. Das ist das, was hier hinter steckt. Und jetzt wissen wir aber ja auch, dass die L1-Norm von so einem Dirich-Folgen-Element ja 1 ist. Das heißt, die Norm von meinem Sn als Operator-Norm ist gerade die Norm meines Dirich-Leg-Kerns L1. Meines Dirich-Leg-Kerns Dn in L1. So, das sind die Vorbereitungen, die wir brauchen. Jetzt nehmen wir an, und jetzt kommt der Widerspruch dann ins Spiel, Also, wir nehmen an. M ist nicht mager. Oder halt von zweiter Kategorie. Das müssen wir zu einem Widerspruch rödeln. Das ist aber gar nicht so schwierig, weil wenn M nicht mager ist, dann können wir auf M das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit anwenden. welches dann impliziert, dass das Supremum N aus N über die Norm von Sn als Operatoren, dass das unendlich sein muss. Aber wenn das dann endlich wäre, dann wäre das Ding ja gleichmäßig beschränkt und dann kann das M nicht mager sein. Das ist da die Schlusskette. So, jetzt ist das Supremum von den Normen von Sn, aber nach dem, was wir hier oben hingeschrieben haben, ja das gleiche wie das Supremum der L1-Normen von Dn. Und das soll unendlich sein. Ja, das kann aber nicht sein, weil das ist ein Widerspruch zu der Ungleichung, die wir ja gerade hingeschrieben haben, nämlich zu der Ungleichung von von den Dirich-Leg-Kernabschätzungen. Da fängt man gerade ein, da fängt man gerade auf, so gravierender Fehler, der muss natürlich kleiner stehen. Na, umgekehrt gefolgt. Ich habe es gerade richtig gesagt, nur mit der falschen Konsequenz. Wenn das Ding hier unendlich wäre, dann wäre nach dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit diese Menge M mager. So, da wir vorausgesetzt haben, dass das Ding nicht mager ist, muss dieses Supremum hier endlich sein. So. Wir wissen aber nach 10,1, dass 1 durch 2Pi mal Dirich-Leg-Norm, äh, die L1-Norm dieses Dirich-Leg-Kerns, kleiner ist als Konstante mal log n. Wenn ich jetzt aber n gegen unendlich gehen lasse, geht das hier natürlich auch gegen unendlich. Das heißt, das kann nicht hinterher im Supremum kleiner als unendlich sein. So. Und das heißt, mit dieser Schlussfolgerung hier haben wir unseren Widerspruch, ne? Also, 10,1 appliziert dann Widerspruch. Ne? Einfach aus dieser Tatsache heraus hier, ne? Das heißt, dieses Supremum über die Norm dn, dass da jetzt nur 1 durch 2Pi vorsteht, stört ja nicht, das schluckt einfach hinterher die Konstante. Ähm. Folgt einfach, dass dieses Supremum hier eben unendlich ist. Also, das hier ist gleich unendlich. Und dann haben wir hier einen Widerspruch stehen. Das hier nochmal ganz plakativ hinzumalen. Das heißt, diese Menge M ist mager. Und das heißt, die wenigsten L1-Funktionen in diesem Sinne haben eine Fourier-Entwicklung, die auch in L1 konvergiert. Hm. Ist auch nett. So. Jetzt hatte ich, als wir die Fourier-Abbildung mal eingeführt hatten, wir haben ja schon gesehen, wir haben eine Fourier-Abbildung irgendwie F von L1. Das hatte ich gesagt, Minus Pi bis Pi auf den Raum der Nullfolgen. Da hatten wir im letzten Kapitel uns überlegt, dass das eine sinnvolle Abbildung ist, weil die Fourier-Koeffizienten ja verschwinden im Grenzwert. Und jetzt wollen wir uns so ein bisschen besser anschauen, wie quasi das Bild dieser Fourier-Abbildung aussieht und dann vielleicht eine kurze Schlussfolgerung rausziehen, warum das überhaupt sinnvoll ist. Und das würde ich auch in diesem Video fertig machen. Damit ist das dann auch automatisch das letzte Video dieses Kurses, weil danach unter Bemerkung ein Ausblick, da mache ich dann keine eigene Folge mehr für. Wir wollen jetzt angucken, wie dieses Bild aussieht. Das ist Theorem 10.3. 8.3. Habe ich da 10.1 geschrieben? Ja, natürlich habe ich da 10.1 geschrieben. Menschliche Gehirn ist auch ein Sack. Und zwar besteht dieses Theorem aus drei Teilen. Erstens die Fourier-Abbildung f von L1 minus p auf den Raum der Nullfolgen über z ist injektiv aber nicht surjektiv. Das ist das, was ich da schon gesagt hatte im letzten Abschnitt, dass wir das noch zeigen werden. Hier ist es. Zweitens das Bild von L1 minus p bis p unter dieser Fourier-Abbildung ist sogar mager in C0 von z. Also es ist nicht nur nicht surjektiv sondern eigentlich treffen wir so gut wie gar nichts. Und das dritte wir können das Bild von L1 nicht einfach beschreiben im Sinne von f von L1 minus p bis p ist für p kleiner und endlich nicht in dem Raum klein lp von z enthalten. Ja, es kommt einfach keine Teilmenge raus die vollständig in Lp also dem Raum der p summierbaren folgen liegt. Also insbesondere es ist im Allgemeinen ziemlich schwierig das Bild von f genau zu bestimmen aber das was wir hier haben das können wir sagen. so Beweis davon ist so halbwegs durchsichtig wir haben die Injektivität ziemlich leicht die Sojektivität folgt mit dem Satz von Inversen Operator ein bisschen gerechnet für den Teil 2 haben wir den Satz von der offenen Abbildung im Spiel und für den Satz 3 den Satz vom abgeschlossenen Graphen deswegen heißt dieses Kapitel auch Anwendung Funktionalanalytischer Methoden weil das sind ja so die großen Sätze gewesen die wir in den Grundlagen der Funktionalanalyses irgendwie mal hergeleitet haben und ich glaube es macht auch noch zwei Folgen raus nämlich Beweis Teil 1 und 2, 3 Bemerkungen und Ausblick zusammen aber das ist nicht so wichtig aber auf jeden Fall kommen hier jetzt nochmal alle Klopper die wir damals in den Grundprinzipien der Funktionalanalyses irgendwie bewiesen haben nochmal wieder und das ist ja eigentlich ganz nett weil dann sieht man auch warum man das bewiesen hat was man damit machen kann also wir wollen zeigen F ist Injektiv aber nicht Subjektiv so wenn wir also mal annehmen wir fangen an mit Injektiv wenn wir mal annehmen dass die Fouillet-Reihe eine Funktion f abbildet auf 0 also auf die 0-Folge dann sind also quasi alle Fouillet-Koeffizienten 0 dann wissen wir aber Satz von Fouillet sagt uns dann ja f ist 0 ja f ist die 0-Funktion das ist aber gerade Injektiv aus Bild gleich 0 folgt Element gleich 0 passt also das ist hier tatsächlich einfach einfach relativ ist weil den Satz von Fouillet zu beweisen war halt schon ein bisschen ömmelig spannender beziehungsweise komplizierter ist halt einfach der Teil diese Abbildung ist nicht so und hier machen wir ein Beispiel Beweis nach Kontraposition wenn F sojektiv wäre also wäre F sojektiv so müsste der Inverse Operator also das F hoch minus 1 nach dem Satz vom Inversen Operator das war GFA und zwar Satz 14.10 müsste dieser dieses F hoch minus 1 tätig sein da hat gar keine andere Chance so das heißt aber es müsste eine Abschätzung geben folgender Form die L1 Norm von F ist kleiner gleich als eine Konstante mal die Norm F angewendet auf F so was ja dann nichts anderes ist als C mal das Supremum über alle ganzen Zahlen über den Betrag der Fouillet Koeffizienten also so eine Abschätzung müsste es dann geben und jetzt zeigen wir dass es so eine Abschätzung nicht geben kann so für die Dirich-Leg-Kerne gilt ja was gilt der dnk der Fouillet Koeffizient ist 1 wenn das k im Betrag kleiner gleich n ist und außerhalb davon sind das Dinger sind die Fouillet-Koeffizienten der Dirich-Leg-Kerne 0 das lässt sich leicht nachrechnen sind ja Sinus-Dinger für das Sinus-Dinger sind ja Form Summe k gleich minus n bis n e hoch minus iks und das sind ja gerade die Fouillet-Koeffizienten Darstellungen und da sind halt alle 1 wenn das k betragsmäßig zwischen kleiner gleich n ist oder 0 wenn wir eben drüber hinausgehen weil die kommen halt in der Reihe nicht vor in der Summe nicht vor so das heißt für k betrag k größer n sind die Fouillet-Koeffizienten 0 nach dieser Formel das heißt wenn ich mir die Fouillet-Koeffizienten von dn mal angucke das sind ja erstmal nach Definition der Fouillet-Koeffizienten dieses Integral hier von minus pi bis pi dn von s e hoch minus iks ds mit dem Skalierungsfaktor 1 durch 2 pi oder mit dem d quer s das entwickle ich jetzt mit Satz 2 3 in folgende Form integral minus pi bis pi so wir wissen das hier kann ich schreiben als die Summe von ich habe es jetzt mal a genannt weil k schon weg ist das heißt von a gleich minus n bis n e hoch ias mal e hoch minus iks ds so dieses produkt hier e hoch ias mal e hoch minus iks das kennen wir aber das ist aus Satz 1 4 gerade das dirac also das Delta Dingen da wer ist das denn der Nummer Konecker Delta von a und k nach Satz 1 4 da haben wir die Dinger quasi ausgerechnet das heißt das ganze fällt hier drinnen zusammen auf einen Summanden nämlich auf den wo a gleich k ist das heißt wir haben hier 1 durch 2 Pi mal das Integral ach Quatsch mal die Summe Entschuldigung a gleich minus n bis n und jetzt bleibt hier drin stehen 2 Pi mal Delta ak weil für den Fall dass das k gleich a ist ist ja das Integral gleich 1 und dementsprechend summieren wir hier eigentlich nur auf von minus n bis n die Delta ak ja da ist aber natürlich dann entsprechend das ganze Ding 0 wenn der Betrag von k größer als n ist und 1 wenn der Betrag kleiner gleich n ist das ist nochmal die Begründung hierfür vollgefall aber falsch so alternativ dann kann man sich natürlich auch hinstellen d n von t sag ich jetzt mal ist Summe k gleich minus n bis n eo i kt und das ist dann quasi schon die die Fouillier Reihe von den Dingen und dann sieht man sofort diese Darstellung hier das ist nur nochmal eine Begründung und das Ganze ausgerechnet Das ist auch was das Problem mit dieser Regel für die Dirichle Kern und die Fouillier Entwicklung gilt wenn ich die Fouillier Reihe von dem dn angucke die Fouillier Abbildung und davon die Supremumsnorm, dann sehen wir natürlich, die ist 1, weil der größte Fourier-Koeffizient ist hier 1. Aber Norm DNL1, hatten wir ja gesagt, die L1-Norm der Dirichlet-Kerne ist unbeschränkt. Entweder nach 10.1 oder nach dem, was wir uns vorher schon zu Dirichlet-Kernen überlegt haben. Ich möchte hier 10.1 erwähnen, damit wir es nicht ganz umsonst gemacht haben. Das heißt aber insbesondere, hier an der Stelle gilt so eine Ungleichung nicht. Wir können nicht plötzlich die Norm des Dirichlet-Kerns L1 abschätzen durch Konstante mal 1. Also durch eine Konstante. Das funktioniert nicht. Wieso schreibe ich denn hier 0? Muss ja unendlich stehen. Das heißt, das hier ist ein Widerspruch zu Sternchen. So eine Abschätzung existiert einfach nicht für die Dirichlet-Kerne. Das heißt insbesondere nicht für alle L1-Funktionen. So, das heißt die Annahme, f ist surjektiv, ist Müll. So, dementsprechend ist f nicht surjektiv. Damit ist Teil 1 bewiesen. Teil 2 und 3 machen wir dann in der nächsten Folge. Das wird dann aber wirklich die letzte. Denn da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel. In dem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Macht's gut. Und tschüss. Das ist ein Widerspruch.